Oder was? Ja, Alter, das Wetter hier ist gerade extrem, ey. Ja. Ah, okay. Ich habe den Wetterbericht nicht gesehen oder gehört oder sowas. Ich fange mit dem ersten Flieger jetzt mal an. Der hat... Boah, Alter, die Blitze hier. Der hat 100 Kilogramm Bomben, 6 Stück. 3 Maschinengewehre, der Kerl. Oh, ja, stopp. Ich habe es hier mit einem Ende der Wallfighter. Ja. Alter, ich würde hier haufen hoch. Ich komme es hier flogen. Ich mache auf jeden Fall Gleitschutz. Ey. Wo bist du denn nach der Aachen? Du bist genau über mir, ist. Ah, so ungefähr. Ich mache jetzt mal die ganzen Flakdinger weg. Ah, da kommt ein Hurricane ab, die stört mich jetzt hier nicht. Ah, 100kg Bomben, ist ja nice Da fliegen die Fetzen Da ist eine H6K von der Blenheim Wie schnell fliegst du, Paul? 346 Ich glaube gerade 266 Ich gehe mal auf die Blenheim Ja Lol, ich schieße auf jemanden Ja, du schiehst auf die Blenheim Dann ist es auch noch Alter, hier geht es übrigens ab mit Blitzen und alles Alter, der Kerl schaut richtig aus dem Ding raus, ey, der muss in dem... Alter, weiterguckt, mit dem kompletten Körper aus dem Ding raus Äh, aus dem Flugzeug Alter, der muss sogar Luft zu kommen, das ist der Wahnsinn Boah, das setzt sich halt als ob hier deine Bomben einschlagen würde oder sowas Oh, mach mal auf Ach so, bei dir, wenn da Ja Ja Pfff Wo hab ich denn überall... Ich hab drei Geschütze angeblich Oder vorne kann ich nicht schießen Tja, halt was für Geschütze, klar Ein Schiengewehre Aber, wie gesagt, ich hab hier nur den einen hinten dran Schieß halt mal Geht nicht Ich kann irgendwie überhaupt nicht schießen Ja Krieg der Bier Haha Oh ja, Blenheim, du kriegst richtig auf den Sack gleich Oh ja, ich komm Langsam aber sicher komm ich Ich hab nachgeladen Ich brenne Ich brenne, ich brenne Ey, die Russen, Alter, das Ding ist sowas von flexibel, ey Der Bomber ist geil Scheiß Blenheim Hat mich abgeknallt Also der erste Flieger gefällt mir schon mal sehr gut Ich bekomme halt jetzt hier ziemlich wenig Erfahrung, aber... Wups Aber wups Ah, ich hab grad meine Maus allein verrutscht Oh Mann, die Hurricane macht da unten mit ganzen Panzerblatt Und ich muss jetzt mal warten bis ich weit genug weg bin, damit ich die Bomben runterschmeißen kann Jaaaa, ich bin perfekt nahe dran Ich bin perfekt nahe dran Ich bin perfekt nahe dran Juhuu prophets decide to be your essent nor然 You are called Directors марtha So, alter ich kriege den Ding fast zum Arsch Ich hoffe, ich schließe den Flieger unten nicht ab von uns, die Hurricane. Ich hoffe, ich treffe ein paar Panzer. Das ist ja schon richtig geil. Die wussten eigentlich noch was. Ah, da drücken wir jetzt noch ein paar auf. Naja, das hat Zeit. Oh, unsere Blenheim wird gerade gejagt von der G50. Ich hoffe, mich greift mal einer an, damit ich mal sehe, wo die ganzen Geschütze sind. Jawohl, du bist jetzt doch schön. Sieben, sechs, fünf. Nein! Ich habe alleine vor mir die Bomben abgeworfen. So einen Scheiß. Abschlusshilfe. Alter, da unten sind so viele Flieger. Ich hoffe, ich treffe einen. Gelandet, oder? Ah, ne. Ne, Fliegende. Aber meine Bomben sind komplett woanders hingflogen. Warum nicht auf die Straße? Was? Oh, Bodeneinheit zerstört. Mehrfach schlagen. Fünf. Bodenserie mal elf. Was? Ich habe elf Stück erledigt bis jetzt. Okay, cool. Ich habe bis jetzt einfach noch Treffer. Naja, aber du bist ziemlich weit oben mit EP. Also wie gesagt, Flieger zu zerstören bringt viel mehr als die Bomben hier, Bodeneinheiten. Ja. Ich hätte aber Kriegsensteigen. Ebenfalls. Ja. Aber ich würde nicht sagen, der Bomber ist so richtig geil. Also der ist richtig gut gelenkig und so weiter. Fliegt auch richtig schön. Ist richtig geil. Also der macht richtig Spaß. Juhu, Flugzeug zerstört. Das war eine P36. So, jetzt erwarte ich noch ungefähr drei Kills von meinen sechs Bomben. Dann haben wir, sind wir auf der Siegerseite. Boah, ich bin auf dem letzten Platz. Ey, ich habe die... Wow. Die Hurricane hat 17 Bodenziele zerstört, Alter. Ich hasse die Hurricanes. Die gehen halt ab wie so ein Hurricane. Ja. Und wenn die sieben pflegen, dann machen alle auf mich. Kann mir krass sein. Du bist ja das Ziel Nummer eins. Ja. Kommt schon. Fallen. Kommt schon, fliegt nach unten und macht auch damage. Ich glaube, ich bin schon wieder mitgekommen. Ich bin schon wieder mitgekommen. Naja, okay. Alter, ich bin doch wunderbar. Alter, ich bin fast in 5000 Meter Höhe. Ich sah die scheiß Dinger ankommen, ey. Hier war aber eine sehr gute Sichtweite. Au, 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 au. So. Ach, scheiße. Also ich liebe die Flugzeuge von der Geschwindigkeit her. Hm? Ich liebe die Flugzeuge von der Geschwindigkeit her. Die Amis. Ja. Na, meiner. Mein, 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 äh. Ich fliege jetzt auch ganz extrem schnell. Leider. Ja. Das ist leider ein Problem. Das ist nicht gerade. Das ist ein Schnellsinn. Nein. Also ich muss, ich muss eine Schleif fliegen, damit ich hinter dem, äh, Zeug, das gerade ja, hinterherkommt. Ich fliege mal etwas tiefer. Ich fliege jetzt extrem tief, aber vielleicht hätte ich jetzt die Bombe auch mal einschlagen, wenn ich in den Ehe bin. Also. Du willst jetzt die Bombe einschlagen? Ja. Gar nicht, das ist so schwierig zu sagen. Bei der 600 kmh. Das muss ich mir aufpassen. Ich habe immer so eine Möglichkeit, bei der Flieger umzunehmen. Oh. Skype hat kein Problem mehr. Jetzt darf uns erstmal Skype anhören. Sagen, bis er Verbindung aufbaut. Na? Ah, welcome back. Oder? Noch nicht? Doch. Doch. Ähm. Bei mir ist gerade ein richtig, richtig fetter Blitz eingeschlagen. Spielst du noch? Ne. Harte Schlafzell verlassen. Bin rausgeklogen. Und jetzt ist alles ruhig da draußen, ey. Kein Re... Alter. Da war ein Kugelblitz. Wow. Richtig geil. Ne. Den will ich nicht hier drin haben. Kannst nicht. An den Wolken. Scheiß, die wandern. Alter, die sind ja richtig tief. Ach du Karre. Juhu. Limm 3. Ah, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Schade, dass du daraus... Ja, schade. Mal schauen, was hab ich denn alles erwischt. Wahrscheinlich so 12. Stehe ich da auch noch mit dabei? Warte mal, ich schau mal kurz. Sicherlich. Sicher. Ja, du bist noch ziemlich weit oben. Ja, du bist noch ziemlich weit oben. Also, ich habe 11 Bodeninhalten zerstört. Damit kann ich leben. Ähm, du bist auf dem zweiten Platz mit drei Flieger. Juhu. Ja, aber ich finde es jetzt auch richtig. Also, der erste Flieger ist auf jeden Fall ein Hammerflieger. Macht Spaß. Jetzt kommt noch Bomber Nummer zwei, drei, vier und fünf. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf.